Deine 3 nette Punkte sind nur weil du das und das gemacht hast, was ich nette hab. Ja genau. Zum Beispiel 2 Tore geschossen. Du hast dich geklaut Stefan, du bist nicht der coolste hier. Ich hab schon viel mehr als 2 Tore in einem Spiel geklaut. Ja, vor allem hast du dem Icke mal eins geklaut. Das ist echt traurig ey. Es geht dem Stefan sehr nahe, der hat zuhause nämlich ein Icke schreien. Und da steht das als trauriges Ereignis. Bitte! Bitte! Das ist doch mal so ein Trauertag. Alter! Bist du denn bescheuert? Was war das denn? Warum? Weil ich sie nicht mehr reinmachen konnte. Ja ja! Ist ja unglaublich. Ja cool. Fuck! Verdient, ne? Die Tore ist da verdient, ne? Das gibt es nicht. Das ist so lächerlich. Ey ohne Witz, ich hab net mal Punkte bekommen dafür, dass ich den Balder abgewehrt hab. Ach, ja ja. Ach, schön. Schöner Kuchen, schöner Kuchen. Ach, nehm wir den Boost weg. Braucht ja keinen Boost. Ja dann ist doch egal. Ja. Ja, siehste. Siehste. Da bin ich voll verkackt. Das ist Mark Hamilton Tor. Kennt ihr das? Das was? Der meinte das denn eben. Der Simon? Nein! Da war ich aber auch. Wie meinte denn das? Was hab ich denn mal geguckt? Hm, ne die haben irgendwie nach dem Wembley Tor gesucht. Ah. Kennt ihr, ne? Wembley Tor. Ne. Stefan kennt ihr's nicht. Ne, ich kenn's nicht. Das ist das berühmte Tor da von der scheiß Boost Ball Weltmeister schon. Egal. Von der eine scheiß Boost Ball. Mark Hamilton Tor. Was hast du denn so? Ja, du hast mein Tor in ein Mark Hamilton Tor verwandelt. Also Geist. Das war, das war dein Schuldausgleich, weil du dein Tor eben versaut hast. Wir sind ein Team. Man kann nicht über die Schuld nicht beschieben. Das ist einfach was. Ja, dann schieb mir deinen Tor-Kill noch nicht hin. Du. In den. Schieb mir die Schuld noch nicht in die Schuhe. Schieb mir die Schuld noch nicht in die Schuhe. Da galt er noch nicht hin. Boah, ihr habt gleich ein Dribbelmonster. Ja. Siehst du, siehst du. In meinem dritten Monster wäre das nicht passiert. Guck da, wie ich... Ja, sieht man halt nicht. Aber... Davor. Davor war das. Guck, guck da. Ja, sieht man halt nicht. Bei jeder Aussage, die so ist, muss ich immer dran denken. Guck mal, hier dreimal rum. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Du bist so scheiße mit deinen 90 Punkten. Ich hab zwei Tore. Und nur 280 Punkte. Auf K. Oh Mann, ich wurde weggeschüßt. I'm back. Toll. Hey, warum was denn? Irgendwo vorne. Da, der Hamilton. Warum sollen wir denn jetzt aufgeben? Ich war mir hier hin. Michael, was hast du denn? Ich bin schon wieder anlaufen. Na komm, da. Ja, Mitte. Oh, da hat sich der Michael austricksen lassen. Ich spiel nach vorne. Und dann wieder nach vorne zu spielen. Cool, cool, total cool. Alter, Leute, Fokus. Der Michael steht halt nur rum, ne? Was macht der denn? Ich hab so ne schlechte Position. Dann beweg dich in eine bessere Position. Das hast du auch noch nie gemacht. Ich verwischt mich einfach gegen Michael. Huiiii. Guck mal, der Gegner hat mich... Mitte, 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 Fußtor jetzt aber. Der Gegner hat mich über den ganzen Platz gekickt. Das war schön. Da, da. Von da hat er mich gekickt bis zu meinem Tor. Weil sie ganz schnell entscheiden, wer den Ball jetzt endgültig rein macht. Also erst hat der einen gesagt, ja, ich mach ihn reinlegen. Ja, nochmal. Schon coole Dudes. Ja, der Drogix. Das ist der... Und der geht rein. Oh, guck mal, der Move eben, den ich mit Fabian gemacht hab. Da muss man genau hingucken, nach dem Tor nochmal. Ich kann da nicht hingucken. Doch, doch. Wie soll ich sein? Ja, muss hingucken. Auf mich. Ja, krasser Seite. Jawohl. Er macht den Wal. Er macht halt den, den gechillten Wal. Das weiß ich halt. Den Fabian hat mich halt so gesehen. Der gechillte Wal. Sehr selten kommt der vor, aber... Den gibt es. Hm, cool. Ja, ich wollte... Ja. Yo. Oh. 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 Guck mal, guck. Pupp. Hast du dich mitbekommen? Wollt auch ein Tor. Stefan schießt Tore auf allen Seiten. Ja, der geißt alles, was er gegen gehört hat. Ja. Jetzt hab ich ganz allein gemacht. Alles ab nach 2. Mach der weg. Bah. Ja. Oh, guck mal. Ja, ja. Ich seh ihn. Ei. Okay. Ich hab keine Kurve. Mit 100 in den Kurve. Wo ist echt der Tacho? Gibt's nicht so'n Tacho Addon? Tacho Addon gibt's doch bestimmt, oder? Ja. Ja. Ich hasse Stefan so krass. Ich hasse ihn so krass. Wieso? Du bist vorbeigefahren, ja? Der dachte ich... Na, ich bin jetzt vorbeigefahren. Guck's dir an, lass ich mal. Guck's dir an. Guck's dir an. Guck da, er fährt doch wohl vorbei. Guck's dir an. Ja, er ist vorbeigefahren. Ich bin jetzt vorbeigefahren. Ich hab vorbeigefahren. Und Drogix. Ja. Asterix und Drogix. Ich bin schon dagegen im Hut, Michael. Ich brauch's gar nicht zu Schuss. Drogix. Ja. Er klaut halt, ne? Ja. War klar. Ha. Ganz schön gut. Oh. Ha. Aber wenn ich Silber 1 wäre, dann würde ich auch Tore klauen. Dann hat man sie ja auch nötig. Ja, ne? Guck. Kommt man ja an, dass er nicht auf seine Punkte. Ja. Ich hab noch ungefähr 10 Videos, wo du Tore klaust. Das war eigentlich irgendwann alle mal hintereinander zusammen. Oha. 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 Dein Lieber zusammen, wie ich immer wieder probier, dich hier wegzuwachen. Ja. Vollidiot, ey. Was macht ihr? Mal oben. Was macht ihr denn da hinten? Michael hat mich halt weggeraben. Ich hab den ganz schön gemacht. Guck da. Guck da. Hat mich nicht gesehen. Oha. Der hat nen DeLorean. Der kostet 2 Euro. Oder 4. Das fehlt euch doch 5. Der Wagen. Ne. 2 oder 4. Und den kann man nicht anders machen. Der sieht immer so aus. Das ist ziemlich kackert. Kann man gar nicht machen. Ja. Cool. Hallo. Hallo. Wer macht denn sowas hier? Ja. Ihr. Ihr habt das erste Tor zu verschulden. Ja das erste. Aber das zweite noch nicht. Stimmt. Gibt ja noch keinen. Oh. 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 Ich hab gern so nen Pulled Porks hinzut. Schatz. Ja ich bin auch kein Zauberer. Was soll ich denn verwandeln? Naas. Ich bin scheiß Auto ey. Kann mal agieren. Du sollst mal meine Vorlage in 1 Uhr passen. Du brauchst erst ne Tunika. Ne Tunika. Du brauchst nicht da Verzauberer. Tunika. Ja. Vielleicht musst du auch mit Sendel reden. Kennst du Sendel? Sendel dem Verzauberer ja. Sendel. Die Gottheit. Ne. Ne. Biet nur Stefan an. Hallo. Hallo. Der Ball. Ja nice. Nice. Wo ist denn der Ball? Ich mach dir so ne Vorlage. Der Tor ist ganz frei. Ja da guck. Mitten. Mitten vor das Tor gelegt und dann kann der auch reinmachen. Gar nicht so dreckig. Guck mal auf Mario und sein Score. Nach 1,5 Minuten. Yes. Wie gesagt das ist dieser Mittelfeldverteidiger den ich hier spiele. Mittelfeldverteidiger. Ich seh dich jetzt ganz weit vorne irgendwie. Ja jetzt war ich ja beim Start. Wo ist denn der Tor? Wo muss ich noch fahren hä? Beim Start muss ich noch fahren. Das ist eh. Aber normalerweise steh ich halt hier hä? Ganz aber jetzt aber. Hier steh ich. Hier. Hier Mittelfeldverteidiger. Also das war schon. Hier und hier kriegt man ja keine Punkte. Nichts. Ja dann komm doch mal. Komm wir tauschen. Komm hier. Aber ich bin doch da viel besser aufgeroben. Ja ja ich sehs. Ja. Alles vorm Tor. Da bin ich doch so schlecht. Ah wer schubst mich dann? Ich brauch ja auch keine Punkte. Ich beschäm mich ja gar nicht. Es sind immer nur die Silber 2 Spieler weiss. Die gucken dann immer so runter von oben auf die Silber 1 Spieler. Und dann sehen die. Ah ist der scheiße und so. Genauso selber Silber 1. Ja aber der andere da nicht. Der ist ja Silber 2. Und der sagt immer auch guck mal. Guck dir die Punkte mal von dem an. Guck da jetzt. Jetzt kannst du drauf. Ja. Guck dir die Punkte von dem an. Wie kacke du bist und so. Und ich. Ich sage es liegt am Spiel. Wenn der Spiel Punkte für einen Mittelfeldverteidiger vergeben würde. One. Tausend. Hätte ich. Tausend. Nein. Gibt's nicht. Kategorie wie äh. Aus dem Mittelfeld heraus. In die Zone. Lol ich hab ihn gefaked. Diesmal ist dein Tor. Ja jetzt hab ich ein Tor. Toll. Das hast du noch nicht mal selber zu verantworten. Doch. Guck. Der wäre aber auch so weit. Ja aber ich. Ich war halt. Ja aber ich. Ja aber ich. Ja aber ich. Der wäre auch selber reingegangen. Ja aber ich. Ja aber ich. Ja aber ich. Ja aber ich. Ja ich. Also da fallen einem keine Argumente mehr ein. Ja aber ich. Ja aber ich. Brauch ich auch nicht. Oh. Ja aber ich. Ja aber ich. Ja. Ja. Keine Panik. Ich bin ja da. Na guck aber der war doch schon der. Verteidiger. Verteidiger. Ja ja. Hattet er sich so gedacht. Hattet er sich so gedacht. Ja, runter von deinem Elefanten, du. Och, Mann. Vulkaner. So fehlt er denn? Oh. Aha. Macht ihr sowas? Jetzt fahren wieder alle drei vorbei. Oh Gott. Oh nein. Jetzt wird er unerträglich. Wer? Ja. Ja, wer wohl? Der Michael? Ja. Wieso? Ja, guck. Wie selbstverliebt er diesen Ball da rein schiebt. Wie er sich immer selber den Stuhl nach vorne schiebt. Den Stuhl? Ja, seinen Stuhl. Ja, wir haben den Ball klaut. Ja. Ja, aber ich? Seinen fetten Dildo schiebt er sich immer seinen Stuhl nach vorne. Oh. Ja, der Linge jagen bei Tag und bei Nacht. Guck mal hier. Äh. Er fasst 2 entlang. Ja, aber ich? Ja. 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 Das ist ja... Das ist ein ganz anderes... Nein. Nein. Das ist eine ganz andere psychische Belastung. Hier hast du drei. Nein. Drei Gegner. Dafür bist ja du dabei. Ja, das ist noch eine psychische Belastung. Hier habe ich. Nee. Nicht rum. Ja. Hier habe ich. Okay, der doppelte Lyra. Macht er jetzt mal Mitte? Lüttich! Na, macht er nicht. Lüttich! Komm her! Ja, wir du gehen! Ahh. Oh. Hahahaha. Hm? Na, 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 nee. Nee, nee. Au! Blechgerappeler. Lele, trempel! Ja, ich muss mich halt durch alles durchwühlen, wie ich zum Ball komme. Du bist so gar nicht. Ich krieg dir drei Leute ausgetribbelt. Krass. Ohne den noch weggekickt. Mach das bitte nochmal, ich hab's nicht genau ungesinnt. Ich hab's aufgeregt. Oh yes! Power! Pass! Ja! Bam! Ja! Mit dem Verpass, ich bin immer noch am Ball. Da, 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 da. Okay, ich hab hier einen kalt gestellt. Er hat sich wieder befreit. Mitten! Mitten? Es gibt mehrere. Ja, es gibt vorne und hinten eine Mitte. Oha! Holt den Ball aus dem Tor, wie der Weihnachtsmann die Geschenke aus dem Sack! krank krank, der ist richtig gut hallo oh, wir schubst denn da ganz schwierig, ganz schwierig ganz schwierig zu sehen, ne ne, die war fast ich weiß nicht ja, wenn die mich schubst, dann wird aber mal richtig heftig zurückgeschubst boah, hab ich den verwurstet hab ich dich gehackt der Mann wollte ihn noch zerstören was? hab ich den verwurst gesucht na, Richtung Tor hoops, da stehen wir noch mal auf vorbei mit vollem Einsatz hoops hoops das darf nicht zu einfach sein oh ach das darf nicht zu einfach sein ja, ist schon gut eieieiei was spielt denn noch mal weg? taktisch klug? ich weiß nicht ja, aber ich sagt doch nichts anderes mehr oh nooo warte, 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 warte ja, aber ich er ist ein bisschen zickig er ist ein bisschen zickig ja, das ist zu dünn das ist zu dünn das ist zu dünn ich hab halt schon die Bikini Figur hättest du gerne, oder? ja, aber ich oh 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 Michael ist jetzt ein ganz krasser Typ geworden ja, aber ich ne richtige Type ja, aber ich er ist ein bisschen zickig ja, aber ich er will halt nur die Aufmerksamkeit ja, aber ich ja, aber ich bitte nicht oh kacke, nur noch ganz wenige Sekunden ja, aber ich oh man ah, da kann ich nichts machen schiesener ja, guck mal, ich hab schon 40 Punkte ja, aber ich würde mal Zeit das müssen wir ja, wie gesagt der Mittelfeldverteidiger du musst doch gar nicht die ganze Zeit im Mittelfeld ne undankbare Aufgabe wieso, das lerne ich gerade immer dann, wenn wenn du denkst, es muss sein dann machst du ja, genau ja, dann macht auch dann auch er hat sich halt überlegt dass er in dem Spiel eigentlich nie was Sinnvolles macht also, er findet ja eine Position wo das gebraucht wird ja, der ist super die Position ja, der ist super die Position ja, im Mittelfeld wo die meisten Bälle immer hinspielen können nein, nicht im Mittelfeld den Mittelfeldverteidiger ja, im hinteren Mittelfeld ja, im hinteren Mittelfeld der macht sowohl nix im Mittelfeld da kommen doch die Bälle alle runter das erste Mal da kommen die doch alle runter ja, ja ja, aber ich und da ist dein ja, aber ich 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 das ist auch viel besser, wenn einer hinten bleibt auch immer. Guck. Ja, aber ich sehe was. Ja, da. Solche Bälle, die der Stefan noch gespielt hat, die fange ich nämlich ab und dafür gibt es keine Punkte. Null. Wie solltest du abfangen, wenn es klappt irgendwo, meinst du? Ja, in der Theorie. Wie gesagt, ich muss halt jede Position dann auch mal länger spielen und üben, damit ich weiß, wie es funktioniert. Oh oh. Ihr seid jetzt auf euch alleine. Ja, aber ich... Der Aufseher. Vier Parade. Scheiße. Arschloch, wegen dem habe ich jetzt eine Liga runter, ey. Oh, der hatte einen 260er-Pink. Ja, die ganze Zeit schon. Gott. Oh, wie scheiße. Trotzdem hat er dreimal so viele Punkte wie unter dem Mittelpunkt. Ich kann doch nichts dafür, dass dieses Spiel diese Position nicht anerkennen. Solltest du eine neue Position suchen. Okay. Ich werde gleich mal auf dem Spielfeld gucken, was noch so verfügbar ist an Positionen. Also ich spiele auch überall eigentlich. Aber mehr auch im Tor. Ja, aber ich... Das sind ja schon wieder die... Ne. Hä? Das sind wieder die anderen. Ja. Ne, aber den Poder X, den kennen wir doch. Also ich... Den Poder X. Poder X. So heißt der doch. Poder X. Poder X. Hello. Guck, der beschwert sich auch direkt auf Poder X. ich könnte zum Beispiel auch im Aussen... Flügelspieler könnte ich sein, glaube ich. Du willst den Aussenseiter spielen? Flügelspieler. Ja, An der Außenseiter. Wir spielen an der Aussenseite. So nennt man es. So nennt man es. So macht man ein Tor, genau da abgemessen und zack geht er rein. Das verstehe ich nicht. Zeig das nochmal. Hast du doch gerade ein Lübler gesehen, wie kann man da dreimal in den Blick gucken? Nicht gerade, was soll ich denn machen? Du musst es so machen oder? Nein, ich hab gelaufen. Du hast es gar nicht gesehen, das war nur Glück. Ich hab doch auch genau abgemessen. Ich glaub das war Glück. Ich hab auch ganz genau abgemessen. Oh ja, wir dürfen nur auf den Wegen fahren. Oh ja. Oh no! Okay, dumme Idee, dumme Idee. Oh, Michael hat mich geschubst. Jetzt wird die Königin böse sein, weil wir den Vasen versaut haben. Die Königin. So hier so im Königspalastgarten. Irgendwas. Please drive only on the streets. Ja, du meintest, ich soll auch woanders hin. Du meintest, ich soll auch woanders hin. Da dachte ich, guck, ich riskiere mal was. Da dachte ich, ich geh mal über den Fall. Nee, ich dachte ich riskiere da mal was. Vorne und sie ist höher. Oh ja, in den Angriff, in den Angriff. Angriff. Könnt ihr den machen? War zu spät, war zu spät, war zu spät. Angriff. Kannst du nochmal? Was machst du mit da? Ich verstehste. Oh nein. Michael will halt nicht zu Gold mal aufsteigen, will er nicht. Er tut nichts dafür. Ab ins Beet. Ab in die Hecke. Ab durch die Hecke. Das sind echt so kleine Hecken. Hecker. Puh Scheiße. Poder X. Poder X! Wisst ihr was Hacker eigentlich sind? Was? Hacker sind halt die Smurfs, nur größer. Was? Ein Hacker ist wie ein Smurf, nur der Hacker ist größer, weil es ja kein Schlumpf. Versteh ich nicht. Aber Smurfs hacken auch nicht. Ist genau dasselbe, nur größer. Nein. Warum größer? Also gegen Smurfs. Weil Schlumpf sehr klein sind. Gegen Smurfs hat man doch wesentlich bessere Chancen als gegen die Kappen. Nee. Yes! Do it! No, I don't do it. Ja, weil Fabian kommt und nicht weg. Nee, nee. Du hast den Ball hoch gehalten, sodass ich ihn nicht normal spielen konnte und er auf meiner, auf meinem Dach gelandet ist. Ja warum kommst du überhaupt? Ja, weil du so langsam warst. Ja, weil ich Angst hatte vor dir. Hä? Das macht keinen Sinn. Hättest du Angst, dann müsstest du viel schneller gehen. Ja, ich dachte ich trinkst dich aus. Ups. Yes! Guck, einfach fahren. Ja, ich muss dich nur langsam in meinem Puppetriegel auflaufen. Ja, ich muss auf der Spur fahren. Ja, ich muss auf der Spur fahren. Ja, ja, mach vor, mach vor, mach vor, mach doch. Mach doch. Oh, jetzt muss ich warten. Oh, jetzt muss ich rückwärts. Alter Bücher. Jetzt leg den Arsch, ey. Oh, ich muss das Spiel hier noch gewinnen. Oh, ich muss Kreisverkehr. Einmal. Kreisverkehr. Dann haben wir eine positive Bilanz. Boah. Oh. Ja. Nein. Ich tue es. Nein. Oh. 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 Oh, da ist einer abgebrochen. Hm. Herr Michael. Hallo. Wo? Oh, der hat abgebrochen. Ich weiß nicht. Der ist vom Weg abgekommen. Ihm ist wohl das Headset runtergefallen. Das glaub ich zumindest. Geil. Ich brauche ein Goal. Alles so sorry. Der ist scheiß Einhorn. Wie kacke das aussieht. Jetzt wird er aufgeben. Jetzt verlieren wir noch den Stoppui so kacke. Weil der wieder irgendwie auf den Wegen rumfährt. Seht echt scheiß aus. Ah. Mann. Er weg. Oh, ich hab nen Papagei. Oh, ich hab nen Papagei. Ah, ich hab nen Papagei. was solltest du nicht. Hey. Dann ö an. Oh, ich hab nen. Oh, ich hab nen. Vielen Dank.